Jo, hallo und herzlich willkommen zu Shellshock Live. Ja, ich werde hier ein paar Runden gegen Regie antreten. In dem Spiel geht es darum, dass man sich mit Panzern beschießt und mit verschiedensten Waffen eben versucht, so viel Schaden wie möglich am Gegner zu landen. Jo, wie das Ganze so ausgegangen ist, seht ihr nun. Bing! Deathmatch, vernichte deine Gegner! Okay, Waffe! Ähm, das klingt interessant. Ich will die Höhe rauskriegen. Komm, ich muss das weiter, ne, leider nicht. Okay, das ist also Horizon 30, ja. Ja, das war leider nicht schlecht. Leider hat es mich da getroffen. Das ist relativ scheiße jetzt. Komm, 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 jawoll! Ah, wenigstens 20 Schaden. Immerhin. Okay. Und, 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 und? Unter, 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 unter. Ah, heck. Leil, wie knapp. Ah, doch. Hat dich wenigstens einmal gegittert. Zweimal, du. Okay, cool. Nice. Oh, leil, doppelschaden. Oh, leil, das safety-dings. Scheißen-Dreck. Das ist ja fies, oder? Aber richtig. Was ist das eigentlich? Die Verbesserung, nun mal. Geh, we go! Oh, das ist ein Glänzer-Aktik. Komm, komm, komm! Wow, was für ein Shot, deiner! What the heck, alter! Du kleiner Cheater, what the fuck? Und ist noch... Ha, ha, ha! Wow! Imba! Ja, komm, 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 oh, je. Ja, scheiße. Das ist aber cool, der Kaktus. Wenn der trifft, dann trifft er, ne? Mach ich jetzt doch eher... Warte mal, so. Ja. Ja, 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 da kommt es. Da kommt genau, da kommt genau! Alter, ich treff dich da nicht da drin, ne? Ja, tja, das tut mir aber leid. Wer hat mich denn da eingegraben, ne? So, okay. Ah, du, auch? Loll, wir beide mit dreifach Schuss, welche wir treffen. Keiner. Cool. Nice one. Ah, da ist ja was. Das hab ich ganz übersehen. Das ist... Äh, du auch. Oh, lol. Ja, lai, lol. Klar, komm. Episch, Alter. Einfach episch. Der trifft. Oh, je, deiner trifft. Meiner auch. Bei ihm. Bei dir 20 Schaden, oder? Du hast mich schon deutlich besser getroffen. Die Musik dazu, oder? Total episch, die Musik. So, und jetzt kriegst du noch einen Bagger drauf und dann war's das für dich. Einmal Treffer, zweimal, dreimal, viermal. Tschüss, Wille! Das kann nicht sein, ey. Ich bin einfach so gut. Du hast aber auch mal die besseren Waffen, irgendwie. Ja, ich ändere nichts dran. Ähm. Ähm. Wo ist meine Waffe hingegangen? Aha, ich habe ein Erdbeben verursacht. Alles klar, das hat jetzt mal gar keinen Sinn gemacht. Macht nichts. Jetzt weiß ich nicht, wie weit meine Waffe geht. Das ist nicht so geil, ne? Ähm. Das könnte vielleicht... Nee, das ist zweit. Aua. Ah, nee. Erregel, und dann triffst du dich wieder nicht, da erinnern. Das ist halt nicht so schwer, was du zuerst. Ja, wie soll ich... Ja, unmöglich. Ja, gezeigt. Shit, shit. Weil geht das was. Ähm. Shit, das Erdbeben ist auch nicht mehr da. Keine Ahnung, was wir jetzt machen sollen, ne? Das ist einfach nicht machbar. Ich kann aus dem Winkel unmöglich zu dir schießen. Du kannst aber gegen die Wand schießen. Naja, Moment. Vielleicht. Wollt. Nein, es geht doch. Wie knapp das daneben war. Ja, warte. Das ist super. Das wird einfach voll krass jetzt. Komm, 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 komm. Ich bin hier einfach safe. Ja, da muss ich wohl irgendwas treffen. Und deine Wasserpomben kannst du in die Haare schmieren. Jawohl, Treffer. Was? Die Gubis, die machen nicht mal Schaden oder was? Ja, die haben mich ja nicht getroffen, oder? Oh, okay. Let's try it again. Ah, na gut. Jetzt. Hm, ok. Das machen wir. Boom. Irgendwie runter. Ah, nee. Lol. Ne, ich probiere das das mal. Das wird geil. Ja, super. Ich kann mich nur auf diese kleinen... Oh, lol. Ah, nee. Schade. Aber das mache ich gleich nochmal. Das ist geil. Ja, das ist eher weniger geil, dass jetzt der Kack da ist. Okay. Hä, warum ist jetzt doch was anderes? Boah. Nö. Ja, geil, wie soll ich... Aha, keine Ahnung. Den muss ich mal probieren. Ja, das kriege ich niemals. Alles klar. Ich kann auch niemals hitten. das lebensding erhalten ich habe neue dinge und guck bis ich habe so gut bis hinter diese wasserbomben ist eine scheiße diese fische die irgendwie schaden machen dann nämlich doch über das ohne an das geht viel zu weit oder okay also große distanzen sind dann echt gar nicht so easy obwohl da könnte kommen war was das war doch für klitsch jetzt ja genau hälften rege auch da nämlich irgendwas wohnen wohnen der elf schaden hier ja wie soll ich da hinkommen das ist nicht krepp es halt krepp es krepp es krepp es krepp es kommen wir unter unternehmen schweb auf mein gott ja genau krepp es auf das wird der geiste schuss alter wenn die sieht 70 schaden krepp ok muss auf dass kommt aus und denkt euch denkt euch denkt euch denkt euch denkt das ist Das ist doch scheiße. Oh. Hey Leute, das ist das Krupp. Leute, das ist das Krupp. Aua. Was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich ein Problem. Das ist das Krupp. Boom, Leute. LOL, wie du einfach immer triffst. Ja, GG. Regie ist doch noch geschafft. Die Sau. Oh, Gott. So, das bekommst du jetzt zurück in dein Gesicht. Ähm, ja. Das ist dein Gesicht. Ah, geil. Können wir das neue Item ausprobieren? Ähm, ja. Ja. Okay. Irgendwann setzen wir dann... Was ist das? Nix, nix, nix. Ne, ohne Scheiß. Was ist das? Keine Ahnung. Ey, LOL, wie geil das ist. Obwohl, nein, das ist gar nicht geil. Ich habe mich fast in den Schaden rein teleportiert. LOL. Ja, das... Mhm. Okay. Lustig, Graz. Nö, ich sag nichts. Oh, nein, 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 nein. Ja, 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 komm, komm, komm. Oh mein Gott. Ich habe Brub-Putz gemacht, ja. So gemein. Oh, ne, scheiße hier, ne? Was ist das? Here we go! Oh, das ist auch eine Banane. Komm, roll zurück. Oh, die Granate. Boom. 50 Schadenzeichen. Ja, das ist jetzt natürlich nicht so früh klingt für mich. Boom kann ich nicht fahren, ich will fahren. Geil, ich kann nicht fahren. Das ist jetzt ein Problem. Wenn der Weg jetzt trifft, dann habe ich ein richtiges Problem. Ich treffe eh nicht. Oh, no, 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 er trifft wirklich nicht. Alter. Ich bin den Winkel nicht. Das tut mir aber leid. Ja, das ist jetzt viel zu stark bestimmt. Jawohl, ich treffe einfach jeden Schuss gerade. Oh Gott. Ich stehe halt auch echt an der guten Position, muss ich auch zu werden. Irgendwie. Obwohl, ja, das kannst du jetzt schon treffen mit der richtigen Waffe. Komm, treff. Ja, geht doch. Hui. Okay, das war nichts. Hä? Was habe ich denn jetzt gemacht? Du hast Erdbeben gemacht. Scheinbar. Nee, ich habe mir irgendwas ge-crapped von dir. Okay. Keine Ahnung, was das war. Absolut nicht in Ordnung, Reggie. So, mal schauen, ob das jetzt wenigstens irgendwann mal sieht. Ja, ja, ja. Ach komm. Ehrlich? Lol, wie fies. Ich weiß genau, was du vorerst wüsstest, dass du diesen Teleport treffen. Aber es gelingt dir nicht. Und der Bagger trifft. Und das war's für ein Reggie-Reggarito. Äh. Okay, es war's trotzdem. Hat der Teleport nichts mehr gebracht. Verdammt. Wie ich dich plötzlich nicht mehr gesehen habe, und mir dachte, what the fuck ist jetzt heftig? Ich dachte auch. Ich dachte auch, was ist jetzt heftig? Was ist das? Sorry, Chris. Joi, das war's dann mit dieser Folge Shelljog Live. Mal schauen, ob es weitere gibt. Das steht noch in den Sternen. Aber ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn denn so ist, Daumen nach oben da lassen. Und auch gerne ein Abo, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Bis demnächst bei anderen Videos. Oder eben auch bei Shelljog Live. Baba.